Wir haben lange auch in der CDU über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz debattiert. Heute hat das Kabinett die Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung festgelegt. Diese Eckpunkte sind eine gute Grundlage, den Bedarf, den wir in Deutschland an Fachkräften haben, zu decken. Dabei richten sich unsere Anstrengungen zunächst darauf, diejenigen, die hier sind, die hier eine Ausbildung gemacht haben, in Arbeit zu bringen. Ergänzend wollen und brauchen wir qualifizierte und leistungsbereite Fachkräfte aus der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus. Das brauchen wir, damit unsere Wirtschaft auch in Zukunft erfolgreich ist. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz regeln wir klar, verständlich und unbürokratischer als bisher, wer zu Arbeits- und Ausbildungszwecken zu uns kommen darf und wer nicht. Dabei passen wir die gezielte und gesteuerte Einwanderung von Fachkräften stets an die konjunkturelle Situation am Arbeitsmarkt und an die Bedarfe von Mittelstand und Industrie an. Denn eine Einwanderung in die Sozialsysteme wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir wollen auch keinen automatischen Wechsel zwischen Asylrecht und Erwerbsmigration, sondern halten am Grundsatz der Trennung beider Systeme fest. Stattdessen gibt es, wie bisher, Bewährungschancen für Geguldete. Damit sind die Eckpunkte, die heute verabschiedet worden sind, eine gute Lösung im Interesse der deutschen Wirtschaft, aber auch für den Zusammenhalt in unserem Land. Stattdessen gibt es, wie bisher, Bewährungschancen für Gewährung im Interesse der Trennung 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 im Interesse der Tren